Lena, wo fahren wir denn gerade hin? Von Tersialand Philipp, auf welches Fahrgestell freust du dich am meisten? Auf, wie heißt es? Vanyas Force Was hab ich noch nicht gemacht? Vinyas Force Ich schieß halt die ganze Zeit Vinyas Force Hä, ist die süß Diese Force und Vier und Force Vier Force Ist witzig Wir können das ja nochmal nachstellen mit Lena und dem Wuschelang Hey Lena, kommst du mit? Ne, ich hab schon ne Karte Das schaffen wir nie, das wieder witzig nachzustellen Herr Maushaft Kommst du mit? Nach Dresden Nach wohin? Dresden Alles reicht Wo fahren wir hin? Das Wuschelwuschelang Wir reiten ohne Wetter Ohne Rast und ohne Ziel Solche Behinderten Meine Extensions Weht der Sommerwind Das reicht Oh mein Gott Boah, 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 krass Voll der Stunt Voll der Stunt Boah, fett Komm, mach mal freihändig jetzt Oh, das ist knapp Lisa Ja, das ist knapp Lisa Ja, so vielleicht So jetzt lachst du durch Ja, da war die 1,20 Alles klar. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. Es wird auch nicht so frisch aus. Meine Stimme ist schon wieder ein bisschen weg. Wir waren jetzt zweimal im Colorado hintereinander und sind einfach richtig frech sitzen geblieben. Und ich habe einfach geheult vor Lachen. Also ich glaube, es war bei dem Nach-der-Ersten-Fahrzeichen ein bisschen... Ja, durchaus. Ja, Alter! Ich konnte einfach nicht aufhören zu lachen. Mega geheult. Ja, einfach ein bisschen gesammeln und dann geht's weiter. Tschüss! Mir ist total schlecht und die anderen sind jetzt ins Kado-Kahn gegangen und ich erhole mich währenddessen, die da drin sind. Guck mal das Ganze von hier oben mal an. Und wie war's? Anstrengend. Meine Hände tun weh. Warum? Weil ich mich so krampfhaft festgehalten habe. Oh Mann. Achso, hast du mich gehört? Ah, ich habe euch alle gehört. Ich habe gewunden. Ich habe extra deinen Namen gerufen. Ganz klar. Ja. Echt? Ich weiß. Und du? Ich nicht. Hommes. 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 Ey, wo gehen wir gerade hin? Alter, 35 Minuten müssen wir warten, ne? Nein, aber warum? Oh, nein! Klappe, action! Wo gehen wir jetzt drauf? Aufs Kettenkarussell! Langweilig! Langweilig! Nimmst du auf oder nicht? Jetzt wird es gleich nach Hass. Oh, ein Mal hoch. Erschießen jetzt gleich Mäuse. Nee! Doch! Nee! Die werden alle mal ein Appetäter hier. Alle! Die dürfen alle irgendwann auch mal, wenn die jetzt die Mäuse einschießen. Auf geht's! Hey, wie kann mein Nachbar denn Punkte haben? Hey, wir fahren uns gleich Black Mamba. What? Nee! What? So ein Scheiß! Hallo, ich mach's jetzt aus. Okay, also wir sind jetzt hier bei Claudia, haben Pizza bestellt. Wir sind alle voll fertig vom Park, Lisas Beine jucken, Philipp hat nix bestellt. Gute Nacht. Gute Nacht. Das war so unnötig. Das war sowas von unnötig. Geh nach Hause! Scheiß Filmerei. Kein Bock mehr. Das ist dein Weg!